Die Klasse 10b möchte zu ihrer Abschlussfahrt nach Toulouse fahren. In der Klassenleiterstunde bilden sie dazu Arbeitsgruppen. Eine Gruppe geht ins Reisebüro. Die zweite Gruppe schaut im Internet nach. Die dritte Gruppe schlägt in verschiedenen Lexika nach. Nachdem alle Gruppen die erforderlichen Informationen zusammengetragen hatten, hielt der Klassensprecher einen Vortrag. Das Zentralmassiv liegt zum Großteil in der gemäßigten Klimazone. Im Reisebüro haben wir eine Route bekommen, die wir fahren dürfen. Zuerst fahren wir mit dem Bus von Annaburg nach Leipzig. Dann von Frankfurt nach Saarbrücken. Und von Nors und Lyon nach Toulouse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017